Im Hinblick auf Fertigungssysteme lassen sich im Wesentlichen drei formale Anforderungskomplexe definieren, aus denen viele einzelne Anforderungen abgeleitet werden können. Da sind zunächst die Fertigungsaufgaben. Ein Fertigungssystem muss die Fertigungsaufgaben der Kunden bestmöglich erfüllen und dem modernen Stand der fertigungstechnischen Entwicklung Rechnung tragen. Sind die Anforderungen des Kunden bekannt, so gilt es, sie unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu betrachten. Der Wirtschaftlichkeit muss prinzipiell Rechnung getragen werden. Sie ist immanenter Bestandteil aller Überlegungen. Ist ein Unternehmen nicht in der Lage, wirtschaftlich zu arbeiten, so wird es nicht bestehen können. Des Weiteren sind bestimmte Richtlinien und Normen zu erfüllen, deren Einhaltung zum Beispiel gesetzlich vorgeschrieben sein kann. Aus diesen Anforderungskomplexen ergibt sich nun eine ganze Reihe von einzelnen Anforderungen an Fertigungssysteme. So bedarf es, zum Umsetzen der Fertigungsaufgabe entsprechend den Erwartungen der Kunden, unter anderem einer hohen Verfügbarkeit und Flexibilität, sowie einer ebenfalls hohen Arbeitsgenauigkeit. Das Gebot der wirtschaftlichen Fertigung bringt die Anforderung mit sich, dass die Produktivität möglichst hoch sein sollte. Und schließlich führen die gegebenen Richtlinien und Normen dazu, dass das Unternehmen den Nachweis maximaler Arbeitssicherheit sowie umweltgerechten Arbeitens mit minimaler Umweltbelastung zu erbringen hat. Werden diese und noch weitere Anforderungen sorgfältig analysiert, bewertet und bestmöglich aufeinander abgestimmt, so kann auf einer solchen Basis schließlich das passende Fertigungssystem ausgewählt werden. Diese Anforderungen müssen dementsprechend auch bei der Konstruktion und Weiterentwicklung von Fertigungssystemen beachtet werden.